Der Lumpi, wo ist er? Weil ich da schluck. Da ist er. Dieses Hirn. Ja, da kann er rennen gehen. Was haben wir da gesucht? Hey, Viewer. Nein, nein. Und dann ein Pfeiler. Ah, da ist er. Da müsste man noch weiterkommen, damit es ausgeht. Nein, umdreff. Entschuldigung, Tiere hoch. Es ist bei Music enorm. Drei. Wie heißt es? Sechst du noch hinten? Na, summe. Fertig. Ne, keine. Fertig. 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 Wangen im. Fertig. Wo ist das? Wo geht die Hose? Die Möse ist der Bisse. Ja, Ladies. Ich glaube, Steinen haben wir genug, oder? Das heißt, man könnte sich im Grunde wieder verbrunzen, gell? Oh. Da kommt schon der Bluffunder her. Wobei. Ja, gut. Ist so gedacht. Ja, gut. Pass auf, dann nuggelt die Nomad Ripp, meine ich. Und die Mauer, reise ich aus. Habe ich einen Bund dabei? Schau, geh. Habe ich einen Arbeiter, wie ich habe, die ist dabei. Habe ich das? Aber ich würde mal sagen, warte mal. Ich würde sagen, da fehlt noch was. Da fehlt noch mehr. Jetzt hat's. Könnte man eigentlich zugreißen, oder? Du schaut ihn aus. Na ja, musst du ihn. Moment. Machen wir den da. Einfach ein Schwindigus. Ich bin aus. Und dann könnt ihr eigentlich schnell beim Hafen vorbeischauen, oder? Ein bisschen was geht schon. Ein blauer Pils, eine Friesesum. Nein, der Niese. Der Naturstein. Pass auf, Extraktoren. Ein Prozessor, Preisohren. Ne, gut. Los und du. Ja, mein Keller ist auch noch nicht fertig. Scheintreff. Jetzt juckt mir allerdings gerade der Haufen, geh. Ja, Dr. Haufen, komm schon. So, ich hab' was. Ja, ja, da drückt mir was raus. Ach so. Ja, heftig. Muss ich das Fundament ausreißen. Habe ich da grüne Blöcke gehabt? Warum? Ich bin scheuert, oder wie? Ich hab' mir gedacht, ich kriege keine grüne Blöcke. Da kommen mir gerne um. Das war's. Oh Gott. Geh nicht so schnell, geh. Dann wird er wieder täglich. So, die Lampen drunter, ich bin schon weit. Na ja, was bringt er mit den Lampen das runter? Die Sonne, wo ich brauche, ist ein Fundament, Mann. Oh, dann bleibt der Sand. Dort runter den Sand, der nicht ganz dichter oder was. Warte mal, man sollte vielleicht runterfangen. Ja, der nugelt ja gleich 100 Blöcke von mir hin. Das war's. 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 Und jetzt an der Wirkung. Ich weiß noch nicht, ob man die Fälle schon vergessen hat. Das ist die Frage, haben wir wie Sandauflager? Ich meine, Erde haben wir bestimmt, aber Sand, ich meine, Sand, den habe ich gerade meistens eingeschmolzen, gell? Bei meinen Fensterscheiben. Erde. Klaas und Sand, ja, das haben wir nicht geh. Ich sollte mir bei dem Go Sand klauen geh. Geil auf, kein Sand. Das ist ein bisschen unlogisch, oder? Der Sand tut runter. Da unten sieht man keine Sausche hin. Oh, das war schon mit dem Sand. Der Sand ist weg. Ja, du möchtest ihn rein klagen, gell? Wer hat das die Frage? Sand. Ja, da drüben darf es Sand geben. So, es schaut wo aus. Ich leine ein bisschen wo aus. Oh, wobei, da hilft es gut nicht. Das ist gut, Tui. Da braucht es weg, ohne. Dissert ein bisschen. Dissert ein bisschen. Die Frage, wir werden immer mit. Bei 180, ich darf mir sagen, dass wir 200 bieten. Moment, 1-0.